Wir haben einen Trocken, einen Nasserkunde in die Wertung. Dann müssen wir auch einen Trocken lassen. Bis man jetzt die Brennwertung nachkommt. Wir müssen die ganze Heklang, was wir nachher machen müssen. Die Wertung. Das ist ja eher nur zum Äthergebnis her wichtig. Ich könnte ja auch sagen, man macht eine halbe Stunde. Eigentlich ist die Betreffung. Das haben wir ja. Lass uns auf dem ersten Vorlauf einfach mal eine Pause machen. Also eine halbe Stunde oder so. Guck mal, hat er auch gehört jetzt? Ich schiebe mal kurz drüber. Ja, weil es bringt ja jetzt nichts hier. Nur zwei, ja. Ich glaube ich nur zwei. Das sieht eigentlich nach Robert aus. Ja, das ist aber nicht Robert. Das ist einfach verraten. Wie normalerweise. Das ist natürlich auch so, dass wenn du ansteigst. Dann hat er noch was für die Pause. Dann ist es vielleicht auch vor. Ich glaube, du darfst nicht gleich von eben auf die Stunde an einfach weiterfahren. Also, die Seinwasserfahrer haben jetzt noch acht Minuten. Ja, den muss ich ja gewissen. Die Führung haben wir in Norbert. Das würde ich jetzt hier oben fahren wollen, nicht so? Vor dem Aktieraden Fahrräuter. Das ist auch schon Zeit. Aber so war das jetzt für jeden auch gewesen. Wie man sieht in Nord-Bernberg aus. Die sind auch schlaglos und ungemünzt worden. Eigentlich brauchst du gar nichts zu sagen, wenn die Fahrer sich hier oben drücken. Ja, aber die Ungewöhnung. Guck mal hier. Wenn wir noch in einer Runde sind, um die Position kämpfen könnten zusammen. Das ist dann ja richtig so. Obwohl hier noch nicht. Boah, sei es doch. Aber die Rehreifen, die Stadion. Das war eine Rehreifen. Wie die Rehreifen. Wie die Rehreifen. Ja, das ist ja auch so. Am besten. Das war ja für uns gelöst. Ja. Genau, wir kommen ja auf den Stufen. Ja. Bist du dem jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.